die excel funktion die heißt x verweis s verweis hast du bestimmt schon mal gehört w verweis hast du vielleicht schon nicht mehr gehört und x verweis beinhaltet beides und kann sogar noch viel mehr und deswegen wenn deine excel version x verweis unterstützt dann kannst du dir direkt angewöhnen nur noch x verweis zu benutzen ich zeig dir mal was daran so besonders ist wenn ich jetzt zum beispiel den buchtitel habe und ich möchte gerne den preis dazu haben und der buchtel ist meine eingabe also zum beispiel hier der zauberberg so und ich möchte gerne den preis automatisch heraussuchen das ist das was man mit s verweis typischerweise macht dann musst du halt in s verweis eingeben gleich s verweis suchkriterium ist hier zum beispiel f4 der zauberberg die matrix ist dann zum beispiel dieses hier also a bis a d und der spaltenindex ist dann eben 4 also 1 2 3 4 so und dann musst du noch sagen wie soll gesucht werden genau übereinstimmung mit der zahl 0 so ich weiß es ging jetzt ein bisschen schnell aber ich will dir gleich zeigen warum es in x verweis besser ist so er hat mir jetzt den preis rausgesucht okay jetzt will ich aber das gleiche mit ist mit x verweis machen mit x verweis ist es viel einfacher also du gibst einen gleich x verweis das suchkriterium ist immer noch hier f5 die suchmatrix dann nimmst du einfach die ganze spalte wo das drin steht also du musst nicht mehr überlegen ja das geht jetzt von a nach d also muss die matrix a von a bis d sein und dann muss ich mir einen spaltenindex raussuchen das musst du nicht mehr machen sondern du nimmst einfach die komplette spalte als suchmatrix dann nimmst du die komplette spalte d als rückgabematrix was viel einfacher und viel intuitiver ist vielleicht verstehen deswegen auch viele leute s verweis nicht kann sein und jetzt muss sagen wert wenn nicht gefunden das ist auch neu das konnte man vorher nicht machen da kann zum beispiel schreiben nicht gefunden einfach schreiben und da musst du noch sagen exakt übereinstimmung oder nix größeres nix kleineres das macht sinn wenn man nach zahlen sucht aber wir nehmen fast immer exakt übereinstimmung also null so jetzt kommt auch 18 99 raus und ist diese form hier ist etwas komplizierter zu verstehen weil du musst dann halt hier alles einschließen von a bis d und keine ahnung du musst nachzählen und wenn hier zum beispiel was noch dazwischen kommt funktioniert das schon nicht mehr weil das nämlich dann der spaltenindex 4 nicht mehr klappt also das nervt ohne ende und x-verweis funktioniert halt so weil du einfach das und das hier einzeln auswählt macht es auch nichts aus wenn da noch eine spalte dazwischen auftaucht und du kannst mit x-verweis sogar von rechts nach links suchen und deswegen kann ich dir x-verweis sehr ans herz legen wenn deine excel version das unterstützt probier es einfach mal aus das ist einfach mal aus